hallo ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun donnerstag den fünften fünften 2022 und zum mittwoch hat unser dax mal endlich ein wenig aus der aus der hüfte raus ist mal aus dem knick gekommen halt und hat hier gefeiert was die fed von sich gegeben hat wir hatten gestern ja auch darüber gesprochen dass fed tag in der regel ja doch öfter nach oben raus schlagen als nach unten haben uns im zwei stunden chart mal wieder angeguckt dass über die 14 40 muss man richtig herausstellen dass dann eben auch platz bis 14 200 14 250 ist das wort jetzt erreicht und mir ist jetzt zunächst erstmal wichtig ein bisschen noch mal auf den target chart zu gucken wo liegen wir gerade wo bewegen wir uns wo sind wichtige trendlinien zum beispiel auch für abwärtstrends und so weiter und so fort um das hier nicht ganz aus dem blick zu lassen denn wir kennen ja unseren dax und wir kennen donnerstage und das nicht immer alles so wie es ist und scheint und kann und könnte und deswegen möchte ich hier bloß eins kurz überlegen und zwar noch eine zweite mögliche trendlinie die hier im bereich um 360 rumliegt 365 wenn man es vielleicht ganz genau nehmen beziehungsweise morgen ist ein bisschen tiefer 350 rum ich glaube den bereich sollte man sich dann noch mal ein bisschen im blick behalten denn wir kennen unseren donnerstag unser unseren unser dax zum donnerstag der haut ganz gerne einfach mal in beiden richtungen richtig aus und wir haben jetzt hier erstmal eine schöne ich sag mal schönen 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 sprung gemacht einen schönen abschluss aus der bewegung auch herausgesetzt den er gemacht hat wir haben ja hier auch auf stundenebene durchaus auch mehr potenzial ihm schon zugesprochen was er eben heben kann und da muss man halt jetzt wirklich ein bisschen aufpassen dass er uns dann nicht vorher schon die grätsche macht und hier jetzt einfach mitten aus der mitte sich wieder umdreht und das wäre eigentlich eben das typische für den dax zum donnerstag ja dass er einfach da irgendwie zack und auf der anderen seite auch richtig raus tritt und einfach auf beiden seiten deutlich übertreibt es ist eine schöne grüne kerze aber es ist eben auch wieder mal die letzte kerze die gestellt wurde und aus den letzten tagen und wochen haben insbesondere sowas eigentlich immer mit roten kerzen gesehen worden ganz oft die letzte kerze rot dann ging es am nächsten tag erst mal in die andere richtung jetzt ist die letzte kerze markant grün deswegen sollte man schon auf beiden seiten relativ vorsichtig sein also ich sag mal wenn er nach unten tendiert stünde es unserem dax zum donnerstag regelrecht frei eigentlich auf die 14 70 14 40 zurück zu steigen um sich von dort abzustoßen aber das hat null schaum für den chart aus der situation heraus weil das ihm einfach nichts bringt das ist kein er kann da keine welle stellen er kann es ist einfach überflüssig das heißt wenn er das macht geht er wahrscheinlich sogar hier noch mal drunter unter die 960 um die stops einfach rauszufangen und ballert dann richtig nach oben das heißt wir sollten uns zum donnerstag wenn der schwach tendiert vielleicht eher sogar darauf einstellen dass er unter die 14.000 auch easy wieder drunter schlagen kann und dann würde ich aber an der stelle das wäre dann für einen donnerstag genau so eine stelle wo man wirklich auf eine grüne stunden kerze dann achten sollte weil wenn der sich hier unten wieder aufdreht kann er natürlich auch wieder komplett auf der anderen seite durch rennen und neue hochs drüber stellen und dann wäre das einfach nur wieder ein donnerstag wie wir ihn einfach immer wieder im dachs sehen und wie wir ihn kennen die sind halt einfach immer wieder so die 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 reißen überreißen ganz gerne einfach so ein paar niveaus stoßen schön in eine richtung laufen auch mal kräftig wieder auf der gegenseite zurück das sieht man immer 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 wieder donnerstags einfach auch aus der wochenzyklik heraus aus terminen die immer wieder an donnerstag liegen und so weiter und so fort hat er sich da regelrecht so eine art rhythmus einfach entwickelt der immer wieder nachvollziehbar ist ne donnerstag übertreiben gerne mal aber die kommen auch können auch sehr sehr stark zurücklaufen es gibt donnerstage die kommen gar nicht zurück ja das sieht man aber dann in der regel auch wie die wie die steigen die sind dann oder oder ne eigentlich eigentlich also es gibt auch fallende donnerstag die nicht zurückkommen aber wirklich das ist dann einer von keine ahnung von 50 oder so die mal komplett durchfallen und nicht wieder zurückkommen nach oben ähm bei steigenden sieht man es ein bisschen häufiger das sind es dann vielleicht keine ahnung 4 von 50 die komplett den ganzen tag durchsteigen und dann wirklich oben auf ganz 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 flachen niveau raus das sieht man das sieht man deutlich öfter ne aber die regelmäßigkeit im donnerstag ist einfach dieses hin und her springen und da muss man ihm platz geben ich sag mal die 1470 wäre wenn ich jetzt einen short hätte zum beispiel ich habe hier keinen short ich würde jetzt hier auch ganz short gehen aber wenn ich einen hätte wäre das zu eine stelle wo man sagen könnte okay hier ist die effizienteste methode um vielleicht mal einen short klar zu stellen ja entweder im gewinn oder aus sicherheit weil man glaubt der kann doch weiter hoch gehen ähm weil er kann sich aus technischem prinzip dort abstoßen wie gesagt es hat halt null reiz für den deswegen würde ich schon sagen wenn er runterkommt ähm wenn auf 1470 klein umkehr man kann das antraten ich würde es gar nicht schlecht reden das ist eine gute unterstützung aber wirklich ein bisschen im hinterkopf muss man das behalten dass es wirklich eher charme hätte wenn er nur die 960 drunter schrubbt und nach oben ist natürlich offen der kann auch der kann sogar 600 dann laufen am donnerstag gucken wir schon alleine wenn er die bewegung die ihr hier gemacht hat in der letzten kerze auf den ganzen tag verteilt dann steht er schon hier ja und das ist realistisch ja nach oben wenn der da jetzt weiter drückt vielleicht auch ein bisschen per aufwärtsgebung reinkommt 445 600 das ist easy erreichbar das also dann wird er einfach nur unsere analyse sicher fortführen in dem fall voll machen guckt genau hin bei 365 guckt bei 445 hin guckt bei 600 hin kommen dort rotze rote dicke stundenkerzen stellt euch darauf ein dass er stärker zurücklaufen kann er kann auch von 600 komplett wieder die ganze fuhrer zurück in gelb zu machen das sind donnerstage da muss man sich einfach darauf einstellen nicht nicht weil es darum geht dass wir in der analyse jetzt alles erwähnen was man erwähnen kann hinterher zu sagen ja wir haben es ja gesagt darum geht es nicht sondern es geht wirklich darum dass man das in den in die trades mit einbezieht dass das man einfach auch mit dem stop loss anders arbeitet ich kann mich nicht hinsetzen und kann sagen okay ich habe einen coolen trade aus dem mittwoch den lasse ich donnerstag einfach laufen und gucke jetzt ewig nicht mehr drauf und den mache ich jetzt erst in einem jahr zu das funktioniert an keine ahnung zwei von 50 donnerstagen funktioniert sowas mal die regel ist aber dass er einfach immer wieder zurückkommt und dann man vielleicht sogar noch im minus ausgestoppt wird obwohl man 200 300 punkte vorne war das ist klassisch donnerstag und deswegen das erzähle ich das damit das einfach ein bisschen im hinterkopf behaltet vielleicht auch mal die stop loss ein bisschen enger nachzieht ein bisschen aufmerksamer sein wenn umkehrsignale kommen weil die wie gesagt einfach immer guten auslauf kriegen ja also wichtige zonen haben wir im bereich um 3 50 3 65 4 45 600 auf der oberseite und die unterseite ist ja eigentlich eigentlich ist sie unten nicht viel außer eben die 1470 bis 1440 und daneben dieser tip unter die 13 69 also das fände ich fast am interessantesten muss aber nicht kommen dass das viele sagen ja du erzählst von 13 69 warum bist du so short eingestellt im markt mehr warum bist du schon eingestellt für den dax bin ich gar nicht ne meine analyse ich wir haben es auch in den in den updates geschrieben ich glaube auch letzte woche freitag haben wir so ein premium bei uns geschrieben habe ich schon gesagt ich seh den höher ich seh den noch mal höher ich denke auch dass wir den kommenden wochen noch mal in die 14 600 rankommen das wäre jetzt auch durchaus eine chance da aber dieses klassische wenn dann ich stelle mich einfach darauf ein was kann passieren ja ich bin vielleicht ein bisschen bullig ja ich glaube auch dass wir den trend buch jetzt ein bisschen versuchen auszuziehen aber stelle mich eben auch auf ein was passiert wenn er das nicht macht was passiert wenn er das nicht macht was passiert wenn er deutlich nach unten ausstrebt und da hätte es einfach scham einmal unter die 690 drunter schön die leute richtig ins gehirn piksen dass die dann total desorientiert sind gar nicht mehr wissen was sie machen sollen dann wieder eine schöne grüne stundenkerze und einfach wieder nach oben zurücklaufen und dann hauen alle die shorts dagegen und dann sind alle total irritiert und keiner ist mehr long dabei und das wäre einfach wie der dax hat das wäre zu klassisch aber es muss nicht kommen die kann auch einfach hoch raus um stehen bleiben seite nächsten tag weiter das geht auch dann wäre nicht üblich für den donnerstag aber es geht eben auch na und so stellen uns einfach verschiedene szenarien ein nutzen die und wenn ich jetzt hier lang hätte auch aus dem mittwoch heraus vielleicht auch vor der feld wir hatten dann zum beispiel bei uns auch in mails geschrieben kurz vorher als ich unten an der neuen an der was waren das 69 80 rum getrunter habe ich auch so gesagt also die perfekte ausgangslage für kurs vor der feld wäre 14 40 und dann oben raus das heißt er sollte sich da unten bei der 69 80 wirklich zusammenreißen dass er dann nicht unten weg kippt weil sonst kann er nicht oben raus er hätte die 14 40 gebraucht um um raus zu kommen ja und zack zwei stunden später kurz vor der feld stand er dann auch an der 14 40 und dann hat das halt perfekt gemacht na schön schön rausgezogen schön sich rausgedruckt die vorlage gut umgesetzt und das sind halt immer wieder diese wenn dann wenn das eintritt dann kann dort und dann und so muss man einfach gehen und wenn man jetzt hier eben eine long drin hat ich würde halt mit dem stop loss dann auch einfach auch zügig nachschreiben ich würde nicht sagen komm ich trade das jetzt bis 15.500 hoch dann würde wirklich sagen okay wenn er runter kommt am donnerstag könnte es schnell auch 200 300 punkte sein warum dann nicht einfach oben wenn ich eine umkehr sehe raus und dann 200 300 punkte runterkommen lassen und dann wieder einsteigen hinten lang also so würde ich es machen so würde ich gerade gehen so würde ich mir den donnerstag zurecht stehen gut okay dann haben wir lange genug ausführlich besprochen wie war es wo ich man kann den donnerstag nicht anders planen er hat viel bewegungs freiheit und die sollte man eben auch geben und dementsprechend auch einplan da sollte man schon ein bisschen größer denken und punkt ja auf tagesebene sind wir über dem trend auf stundenebene sind wir über den trend die nächste trend die kommt bei 365 darüber haben wir dann erstmal kein aktiven abwärtstrend mehr und von daher sieht es gar nicht so schlecht aus aber es ist nicht tot sicher ihr kennt das kann immer alles und deswegen es hätte auch einfach schauen für den markt unter die 69 da drunter so ich will das bloß erwähnt haben wenn das kommt erinnert euch da dran dass er dann auch daran denkt und nicht in harakiri und panik verfallt weil wahrscheinlich kommt danach dann grüne stundenkerzen und dann läuft er wieder nach oben zurück gut von daher mache ich jetzt hier das video zu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss